Meine Geschäftsidee ist, dass ich Testmaterialien für Logopäden und Logopädinnen entwickle, damit sie die Sprache von Kindern im Kindergarten und in der Schule beurteilen können. Das Neue daran ist, dass die Testmaterialien elektronisch sein werden, also dass man es gerade auf dem Tablet mit dem Kind durchführen kann, dann auch die Antworten der Kinder protokollieren und das dann auch automatisch auswerten. Das andere ist, dass die Testmaterialien auf Schweizerdeutsch werden, weil das die erste Sprache der Kinder ist. Auf diese Idee kam ich, weil ich selbst Logopädin bin und im Alltag mit den Kindern festgestellt habe, dass die Testmaterialien, die wir brauchen, nicht auf diese Kinder zugeschnitten sind. Wir verwendeten vor allem die Materialien aus Deutschland und die Testitems und Testwerte sind einfach nicht eins zu eins auf Schweizer Kinder überträgbar. Mich treibt der Rückenwind an, den ich spüre von anderen Logopädinnen und Logopäden, wenn ich mich mit ihnen austausche über die Testmaterialien und die Situation in der Schweiz und feststelle, dass sie sich auch wünschen, dass sich die Situation verändert. Ich bin nicht am Morgen aufgewachen und habe plötzlich gedacht, so jetzt mache ich mich selbstständig, sondern ich bin eigentlich mit meiner Geschäftsidee immer mehr in diese Selbstständigkeit hineingewachsen und denke mittlerweile, dass es der effizienteste Weg ist, um auch meine Geschäftsidee umzusetzen. Meine Erfahrungen waren sehr positiv mit dem ZHW Inkubator, vor allem dadurch, dass ich professionelles Coaching bekommen habe, dort Fragen auch kritisch diskutiert werden bezüglich meinem Geschäftsmodell. Ich kann die ganze Infrastruktur und das Netzwerk der ZHW nutzen und bin auch im Runway in Kontakt mit anderen Startups und kann mich dort mit ihnen austauschen. Ich denke, die grössten Herausforderungen sind, die Ansprüche und Wünsche von Logopädinnen und Logopäden so zu erfüllen, dass die Umstellung auf mein Testmaterial, das dann auch elektronisch ist, so einfach wie möglich wird sein. Ich glaube eigentlich, dass in jedem und jeder eine Unternehmerin oder ein Unternehmer steckt, also auch in mir und im Moment bin ich einfach noch etwas dran, die Unternehmerin auch etwas herauszukitzeln.